Das gibt es doch gar nicht. Ich möchte diesen Widerstand von der Straße in das Niederwächsische Landtag-Parlament einbringen. Unser Land zuerst. Unser Land zuerst, definitiv. Ja, lieber Dietmar, das Handwerk liegt bereits schon am Boden. Deswegen werbe ich ja extrem auch für diesen Fachkräftemangel im Bereich mehr Meister statt Master. Wir haben Situationen, wo die Aufträge von der Angebotsabgabe bis zur Ausführung der Aufträge bis zu einem Jahr vergeht. Und das müssen wir auch anders anpacken. Wir können nicht einfach, so wie die Frau Baerbock das meint, im Ausland dort mehr Fachkräfte rekrutieren, hier ins Land reinholen. Am 9. Oktober für die Alternative für Deutschland. Beide Stimmen für Niedersachsen, für eine starke Opposition. Wir sind mit Sicherheit für euch da.